Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin momentan bei 27.600 US-Dollar. Es hat sich überhaupt nicht seit gestern früh geändert. Auch kein besonders herausragender Daily- oder Weekly-Close. Also wirklich, wir sind genau da, wo wir im Endeffekt gestern gestanden waren. Trotzdem haben wir bereits unsere Widerstandszone, die ihr hier schon in gelb gekennzeichnet habt, ein bisschen, zumindest kurzzeitig ein bisschen durchbrochen, aber noch nicht wirklich nachhaltig. Wir kriegen schon wieder so leichten Abverkaufsdruck rein. Aber es ist Montag. Montag sowieso immer so ein bisschen mit False-Move-Monday ein bisschen vorsichtig sein. Doch bevor wir starten, Freunde, oder bevor wir hier ein bisschen näher in die Analyse reingehen, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Link ist wie unten in der Videobeschreibung und natürlich alles for free. Und noch ein kleiner Tipp. Ich habe gestern hier das New Eternal Live-Video hochgeladen. Also wenn ihr Bock habt, hier das einfach gerne mal abchecken. Ich kann dieses Projekt wirklich nur empfehlen. Anonyme Kreditkarte, mittlerweile NetSex, die funktioniert, Trading-Bot und alles. Also schaut euch das gerne, gerne an. Gut, damit genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 27.500, 27.600 US-Dollar. RSI hat sich wieder ein bisschen so nach oben orientiert. Aber ihr seht hier schon auf den kleineren Timeframes, aus dem 4-Stunden-Timeframe, Volumen ist nichts wirklich da. Und ohne Volumen kann der Kurs einfach nicht nach oben hin ausbrechen. Wir schauen mal ganz kurz mit einem FIP-Level, wo die Reise Maximum zumindest nach jetzigen Stand hinführen würde. Und das wäre so ungefähr das Ziel hier oben bei den 29.200 US-Dollar. Ihr wisst, ich bin schon mittlerweile wieder long gegangen, aber nur minimal. Ich traue dieser ganzen Bewegung nicht. Offizielles Setup habe ich noch keins rausgebracht. Ich tendiere weiterhin zu der Möglichkeit, die wir eben gestern besprochen haben, dass wir nochmal ein kleineres Lower Low hier sehen. Und dafür vor allem dieser Bereich hier unten zwischen 26.500 und 26.300 US-Dollar, dass wir diesen nochmal antesten. Und dann, sage ich mal, durch dieses Lower Low, durch diese Bullish Divergence, die wir immer noch nicht gebildet haben, haben wir ja gestern schon mal darüber gesprochen, dass ich gerne eine Bullish Divergence hätte. Egal, ob auf einen 1-Stunden- oder 4-Stunden-Besser wäre natürlich 4-Stunden-Timeframe. Und dann zumindest eine Erholung sehen bis ungefähr 29.200 US-Dollar. Das sieht momentan noch nicht danach aus. Wie gesagt, wir haben hier immer noch diesen Widerstand bei 27.800 US-Dollar. Da sind wir leider nicht drüber gekommen. Deswegen, wie gesagt, Bullish Case wäre einfach, wir kriegen nochmal so ein kleines Lower Low hier eben rein, um die Liquidität hier unter diesen Tiefs zu fischen. Weil wir haben auch die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen, die Möglichkeit, weil hier unten eben kaum mehr Volumen reingekommen ist, seit im Endeffekt dieser ganzen Binance-Geschichte. Da haben wir auch schon überprüft, dass bei Binance das Volumen eben hier in dieser Akkumulationsphase rausgegangen ist. Deswegen vermute ich, hier unten liegen eine Menge Stop-Losses. Die würde ich mir liebend gerne nochmal holen, bevor wir hier die Reise nochmal nach oben hin fortsetzen, beziehungsweise hier die 29.000 US-Dollar brechen. Deswegen so momentan so mein Entry, wo ich mir nochmal überlegt habe für die Telegram-Gruppe 26.700 US-Dollar, so kurz vor diesen Stops, mit einem Stop-Loss mindestens unter diesen Lows, dann wären wir hier über ungefähr 26.200, 26.300. Müssen wir dann nochmal gegebenenfalls gucken, wie wir das dann machen. Wir kontrollieren das nochmal ganz kurz auf den 1-Stunden-Timeframe. Was hat sich hier getan? Minimaler Abtrend hier reingekommen, so eine Art Ascending Triangle. Aber wie gesagt, das sieht für mich nicht wirklich Bullish aus. Das kann sich auch noch ewig oder ein paar Tage hinziehen oder ein paar Stunden. Gefällt mir einfach nicht. Dann eher dieses Bearish Breakout nach unten hin und dann hier unten eben diesen Long-Trigger mit einem 4-Stunden-Bullish-Divergence im RSI. Ja, genau. Mehr gibt es bei Bitcoin momentan nicht zu sagen. Wie gesagt, das übergeordnete Ziel würde dann so zwischen 29.000 und 29.900 liegen, allein wegen dieser Ineffizienz hier oben. Ob die Stärke dafür ausreicht, das werden wir dann so in den nächsten Tagen auf jeden Fall sehen. Diese Woche stehen, glaube ich, keine wirklichen News an. Wie gesagt, der Wochenausblick musste leider die Woche ausfallen, weil, wie ich gesagt habe, im Urlaub bin. Da habe ich nicht so die Zeit. Nächste Woche dann auf jeden Fall wieder mehr, aber die Woche stehen sowieso nur immer die gängigsten News, die wir jede Woche haben mit Arbeitshausenzahlen etc. pp. an. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Momentan bei ungefähr 1.850 US-Dollar. Auch hier sind wir nicht über diese Widerstandszone drüber gekommen, die wir gestern drüber gesprochen haben, bei 1.900 US-Dollar. Also auch hier sehr, sehr wenig Veränderung. Wir haben dieses Low hier unten noch nicht angetestet bei den 1.823 beziehungsweise diese Zone bei 1.800 US-Dollar. Also auch hier gehe ich erstmal davon aus, dass wir nochmal ein bisschen tiefere Kurse sehen. Aber ihr wisst ja, ich bin momentan kein Fan von Ethereum. Ich würde hier gerne einfach ein bisschen abwarten und eher lieber in Richtung Bitcoin handieren, bevor wir hier in irgendwelche Trades bei Ethereum reingehen. Kann ich euch auch in der momentanen Lage einfach nicht empfehlen. Deswegen Ethereum momentan oder zumindest nach jetzigem Stand erstmal für mich auf Seite und keine Trades erst einmal geplant. Wir brauchen hier auch jetzt ehrlich gesagt nicht näher drauf eingehen. Ich würde lieber noch ein bisschen mehr auf den DXY zum Beispiel eingehen. Das können wir uns nochmal ganz kurz angucken, weil wir ja gestern drüber gesprochen haben, was wir für diese Woche erwarten. Momentan sind wir so bei 101 US-Dollar. Also je nachdem, wo wir eben ausbrechen, nach unten hin oder nach oben hin, da wird es dann im Endeffekt entscheiden und dann auch positiv beziehungsweise negativ für die Kryptomärkte sein. Dann blicken wir nochmal ganz kurz auf den SPX. Auch hier bleibt weiterhin der Plan, weil jemand gefragt hat, ja wegen einem Wochenausblick und so, weil ich ja immer darauf eingehe. Okay, ich bleibe hier erst einmal dabei, dass ich hier erstmal den bearischen Count bevorzuge. Klar, wir können nochmal hoch Richtung 4200 Punkte, aber übergeordnet bin ich hier auf jeden Fall erst einmal bearisch eingestimmt. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir das Ganze auch nicht unnötig in die Länge, wenn es irgendwelche Setups gibt. Wie gesagt, der DAX Short ist zu DAX Long. Läuft jetzt auf jeden Fall weiterhin noch. Ich gehe hier weiterhin auch von 16.000 Punkten aus. Und damit würde ich sagen, war es das für das heutige Video wieder. Wenn ihr irgendwelche Altconvenger habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Und ja, dann war es das für das heutige Video. Wir hören uns dann vielleicht heute Nachmittag nochmal wieder. Ansonsten dann morgen Mittag auf jeden Fall, weil morgen früh schaffe ich es auf jeden Fall nicht. Und ja, dann war es das von mir. Würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen. Und ja, das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, Stay Crypto. Und wie immer, Untertitelung des ZDF, 2020